Wir sind jetzt im Fitnessstudio, 7 Uhr bis 20 Uhr durchgehen, eröffnet sich jeden Tag. Innerfristig Schulwerk hat sie auch in der Sicherheit und Hygiene. Ihr könnt jedes Gerät frei nutzen, außer die Powerplay hinten in der Ecke, da müssen wir bei Trainer dabei sein. Auf diesem Tisch findet ihr Anmeldungen für verschiedene Kurse, wie zum Beispiel Cycling, wo wir auf Geräte über den gewissen Anzahl haben, finden wir hier eine Tagesordnungspunkte für den Bereich der, oder noch ein paar, wo wir zu Wort immer.